Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Slay the Spire. Letztes Mal lief es ja nicht so drollig dollig mit das Defekte, deswegen schauen wir mal, was haben wir denn noch. Wir haben noch ganz viel bei der Eisernen, oder bei dem Eisernen, frei zu spielen. Aber noch das meiste, vielleicht, naja, mal gucken. Wenn du nur zehn Angriffe spielst, so hältst du eine Energie, okay. Aha. Okay, ja, ich habe, glaube ich, so meinen groben Weg. So, hoffentlich ist das, äh, nee. Äh, ihn können wir auf jeden Fall weg machen, das ist nicht das Problem. Ja, aber gut, drei Schaden, wenn wir sechs heilen, ist ja erstmal nicht so wild. Jetzt können wir... Jetzt können wir eben richtig eins auf den Dülls hauen. Wenn wir jetzt nochmal drei Angriff kriegen, wäre das schon gut. Ja, oder einfach das. Ja, perfekt. So. Okay, mach, tragen wir mit. Okay. Fünf Block, fünf Schaden ist eigentlich ganz gut. So, da haben wir sie nämlich auch gleich. So, hopp, hopp. Zack. Mhm. Okay, den machen wir jetzt nur platt. Aha. Okay, der pusht sich jetzt ein bisschen, aber das macht nichts, weil wir ihn jetzt platt machen. Putz. So. Halte fünf Block. Zieh eine Karte. Füge acht, nee, füge 13 Schaden zu, wenn er ein schwach, ein verwundbar. Ja, nur damit. Hm. Nee. All das Gold ist es nicht wert. Okay, drei Schaden geht ja noch. Okay, jetzt werden wir noch one X. Jetzt ziehen wir fast nur Blockkarten. Natürlich schlecht. Sehr schlecht. So, zehn Schaden macht er uns. Ja, das blocken wir mal weg. So, jetzt macht er gar nix. Okay. Und zack. Sehr gut. So, halt deine Karte. Zehn Block. Oh. Mhm. Hopp, hopp, hopp. Äh, ja. Gut. Das ist natürlich... Greift er jetzt nochmal an? Ja. Shit. Okay, aber ist nicht schlimm. Ja, sieben Schaden halt. Aber das macht nix. Das macht nix. So. 13 Schaden. Und den. Besiegt. Sehr gut. Ich füge allen... Ja, ziehen wir mal mit. Das ist eigentlich ganz gut. So, schmieden. 13 Block. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ah, ich glaube, ich verbessere das. So. Und dann genau, da wollte ich hier lang. Wir nehmen... mehr maximal... TP. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hm, was haben wir hier noch? Fünf Anzer, schwach. Hm. Okay. Geh mal hier lang. Was hat er noch so schönes? Immer wenn du startest. Mhm. Oh, schade. Okay. Ne, ist nix dabei. Let's go. So. Äh... Hopp. Okay. Wir müssen halt einen wegkriegen. So schnell wie möglich. Da müsst ihr immer nur eins gegen eins haben hier. So, zehn Block. Stärke. Und das. Dann kriegen wir wieder drei Schaden. Das ist echt kacke. Aber gut, das soll uns jetzt nicht... So. Hopp. Jawohl. Einmal nochmal blocken und einmal ruft da auf den Dölz. Ja, wir werden gleich so vollgepumpt sein mit diesen blöden Fluchkarten da. Ich hab ein Nomm-Dings-Kacke. Ja. Ist dir das ärgerlich? Wir nix haben gezogen. Okay. Das können wir schon machen. Das können wir schon machen. Und wenigstens ein bisschen blocken. Zweimal wäre natürlich besser, aber... Naja. Wir haben so viele Flüche hier drin. Gut, das sind wir weggeblockt. Sehr gut. Ah, wir kriegen grad zu vier Schaden. Das nervt. Wir können das alles grad nicht so richtig wegblocken. Das stört wirklich. So, ein Verwundbar. Schade, reicht noch nicht ganz. Reicht noch nicht ganz. Ach. Ziehen wir nur Blockkarten. Schlecht. Wir brauchen nur noch einen Angriff. Na also. Ich geh doch. So. Deinen ersten... Oh, das ist cool. Nö. Halt zwölf Block. Immer wenn nicht ein... Ja. So, warte mal. Jetzt ist natürlich die Frage. Ach, komm, wir riskieren's. Sechzehn Block. Ne, ich wollte das hier jetzt erstmal. Weiter geht's. So, was haben wir hier jetzt Schönes? Nix. Okay. Ach, auch der noch. Okay, pass mal auf. Hopp. Zack. Zack. Der ist halt scheiße, weil der sich halt immer... Ja, einen müssen wir spielen. Das hilft nix. Sonst kriegen wir zu viel Schaden. Okay, aber den haben wir sowieso verhindert. Hopp. Gut. Drei Schaden ist noch human, würde ich sagen. Okay. Das war gut, weil das hat ihn nicht getriggert. Weil ich ihm... Weil es er als Angriffskarte gilt. So, komm schon. Jawohl. Boah, das war ziemlich gut. Holy shit. Alter. Äh, wir nehmen das auf jeden Fall. So. Hopp. Wir schmieren nochmal. Wir riskieren's einfach. Drei Stärke. Sieben Schaden. 13 Block. Dann machen wir das. Let's go. Wir riskieren's einfach mal. Äh, hopp. So, was können wir jetzt hier ziehen? Zeig mal ja. Oh, ja. Das ist gut. So, jetzt müssen wir nicht mal ein bisschen blocken. Ja, hab ich ein bisschen nochmal abgekriegt. Okay. Hopp. So. Und zack. Okay. Zehen. Zehen. Gut, okay. Dann kriegen wir nochmal drei. Aber es herläuft zwar eigentlich ziemlich gut. Würde ich's mal so sagen. Äh, zwölf Block. Okay. Und einen davon. Mhm. So, jetzt können wir aber das machen. Das hier. Okay. 14. So. Dann macht er nämlich nur 10. Dann spüren wir noch die hier. Und los geht's. Aber nämlich noch neun Block. Das ist ziemlich gut. Und so. Und so. Also diese Machtkarte ist echt gut, dass der Block halt nicht mehr verfällt. Holy shit. Okay. 24. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. So, hier haben wir 30. Okay. Okay. Haben wir immer noch 4. 4 übrig. An Block. Das ist doch gut. Oder? Ja. Jetzt kommen diese Brand Plus Karten halt. Okay. Okay. Ah. Die 8 nehmen wir leider. Voll. 14. Alter. So viel kann ich gar nicht blocken. Wen die sind scheiß Plus Brennkarten. Kacke da. Aber nochmal 12 Schaden. Oh, jetzt wird's aber langsam echt eng. Okay. Okay. Hopp. Jetzt wird's langsam echt eng. Scheitern wir heute schon am ersten Boss, oder was? Hoffentlich nicht. So, 16 Schaden. Komm schon. Weg damit jetzt. Och, stark. Sehr gut. So, halt eine Karte. Hey. So, was haben wir hier drin? Nö. Dann nehmen wir die doppelte Trank. Power. So, wir sind wieder voll. Wir haben übelst viel Gold. Ja, ich hab glaube ich den, den Weg so langsam. Och. Und dann ziehen wir auch, kriegen wir auch noch die. Dann ziehen wir auch noch die. Okay. Ja, das ist gut. Das war eigentlich ziemlich gut. Okay. Ja, einmal müssen wir blocken. Einmal müssen wir blocken. Ja, gut. Gut, 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 gut. So. Der hätte ja mal ziemlich gut gecleared. Den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir ordentlich Money im Gepäck. Ja, ja. So. Ja, ha. So, was haben wir hier? Nee, wir wollen verlassen. Oh, der Dude. Das Dude. Okay. Den ersten Verlust können wir ja wegbaffen. Genau. So, sieben. Ja, mach mal so. Mach mal so. Okay. Jetzt will er ordentlich. Die sechs müssen wir leider nehmen. Äh, sieben. Shit. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Bombe hat gut funktioniert. Äh, wir brauchen zwei Eingriffe. Komm schon. Ja, perfekt. Weg. Boah. Das läuft ja richtig gut gerade. Zwölf materialisieren. Das ist metallisieren. Ach so. Äh, nee. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch durch. Äh. Äh, hopp. Gut. Na ja, jetzt haben die diese weirden Dinger da. Okay, aber das ist gut. Das nehmen wir auch gerne. Sehr gut. Jetzt sind wir noch verwundbar. Das ist schlecht. Okay, pass auf. Wir haben... Wir haben... Das hier. Wir haben das hier. Und das hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boah. Noch eine Runde. Oh, shit. Ah. Ja, wir müssen das jetzt. Kriegen wir zwar zehn Schaden, aber... So, zwölf. Guck mal, das können wir schon machen. Das können wir schon machen. So. Zwei Schaden ist okay. Zwei Schaden nehme ich hin. Dieses verwundbar machen, das nervt. Okay. Das können wir noch spielen. Okay. Fünf Schaden ist okay. Fünf Schaden nehmen. Nehmen wir. Okay. Komm schon. Zwei Angriffe nur. Oder einen ordentlichen. Der knallt. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ne. So. Jetzt ist die große Frage. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier hoch? Ja, komm. Wir schmieden erstmal ein bisschen, ne? Was können wir denn? 50 Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Wer verbessert, glaube ich, das nochmal? So, und jetzt gehen wir hier lang. Okay, jetzt müssen wir. Okay, wir hätten gar nicht blocken müssen, weil den ersten CP-Verlust verliehen wir ja sowieso nicht. Okay. Ja, okay. Block brauchen wir jetzt nicht spielen. Die heilen sich nicht. 16. Ach du Scheiße. So. Ja, jetzt hat man es gebrauchen können. Shit! Jetzt hätten wir es halt echt gebrauchen können. Jetzt heilen sie sich halt hoch, ja. Okay. Okay, 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 okay. Okay, sie ist schon mal weg. Sie ist schon mal... Ach. Sie ist weg. Aber er bleibt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ah! Das ist Metallisieren. Ja, doch, 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 doch. Jetzt heißt es geschnallt. Okay. Okay. Ja, 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 okay. Ja, beim nächsten Mal sollten wir uns das merken. 30, holy shit. Ah ja. Gut. Handkarten. Hier nehmen wir mal ein bisschen Stärke mit. Kann eigentlich nie schaden. Äh. Okay. Hopp. Zack. Fünf Block. Das noch. Und weg. Ja, machen wir weniger Schaden. Das ist halt echt schlecht. Schnappt ihn euch, Jungs. Äh. Uff. Äh. Ja, einmal blocken halt, ne. Oh, shit. Das geht ordentlich auf die Schnauze. Kacke. Boah. Das war nicht gut. Okay. Das ist ein kleines Viecher, ne. Das ist ein kleines Viecher, ne. Okay. Ja, die müssen wir, die müssen wir halt spielen. Scheiße. Ja, jetzt kommen die schon wieder, diese Mistviecher. Ja. Ja. Oh Mann, das könnte... Das wird mein Endboss hier. Kacke. Das wird einfach mein scheiß Endboss. Der ist richtig... Der ist richtig scheiße. Das kannst du auch nicht wegblocken. Wie? Also wie? 45, 52. Das krieg ich niemals hin. Das war's. Schade. Mann, wieder nicht bis zum zweiten Endboss. Ist doch zum Heulen, ist doch zum Heulen. Na gut. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was freigeschaltet. Das war schon mal ganz gut. Wenn's euch auch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däubchen da. Ich würde mich freuen. Und ich sage tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Tschüss. Bis dahin. Scheiße.